Wir wollen noch ein paar Nero-Kontrollpunkte erledigen. Machen wir mal das. Wir wollen noch ein paar Nero-Kontrollpunkte erledigen. 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 Was für eine Gesundheitspille? Na, komm schon. Schnapp dir das Schwein, er hat sie erwischt. Na, warte. Wie dumm die sind. Oh, Mann. Ah, na, 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 na. Na ja, noch mal. Hä? Was sind wir denn hier? Ah, noch mal, Alice. Ich glaube, den wollen wir jetzt erstmal mit einem Sniper erwischen. Erledigen. Was sind sie? Ach Mist, ey. Der kann doch nicht sein. Steh auf! Wo kommt das denn her? Das gibt's doch nicht. Wo kommt das denn her? Ich sehe nichts. Wo ist er? Von da oben. Ich glaube da muss da auch noch einer sein, oder? Oder war es das? Stelles Strom. Haben wir Benzin hier? Ein Strom. Ach Scheiße. Das muss da irgendwo ein Generator sein. Aber Benzin muss da glaube ich nicht sein, also kann da nicht sein, oder? Lass mich warten. Kein Benzin mehr. Oh ja, klar. Ja, wo ist Benzin? Wo da vielleicht? Tja, wo ist Benzin? Ah, ich glaube da hinten. Da muss was sein. Da muss was sein. Spitz. Was ist das? Oh. Ja, es ist gut. Oh. Das ist das. Ist es an oder wie? Probieren Hä? Achso Das wird sie alle zu mir lachen Oh no Hä? Ich wiederhole. Dies ist eine Quarantäne-Kontrollstation unter Bundesverwaltung. In diesem Gebiet gilt das Kriegsrecht. Folgen Sie den Anweisungen von Nero und Ordnungshütern. Reisen Sie in der Reihe. Folgen Sie den Befehlen. Gehen Sie weiter. Bei Versuch, die Barrikade zu umgehen, werden geschossen. Bei Versuch, die Nero-Mitarbeiter werden geschossen. Die Fahrbereiche umarmen. Bleiben Sie in der Reihe. Bleiben Sie in deinem Fahrzeug. Scheiße ist das. Lass mich doch in Ruhe. Meine Hühle. Mein Gott, ey. Ey. Gehen Sie weiter. Bei Versuch, die Barrikade zu umgehen, werden geschossen. Bei Versuch, den Widerstand gegen Nero-Mitarbeiter werden geschossen. Böne weitere Warnung. Bleiben Sie in der Reihe. Gehen Sie in deinem Fahrzeug. Oh nein, ich will keinen Ärger machen. Raus da. Moin. Zwei Brecher? Was? Ja, was machst du denn jetzt? Da ist wieder hoch. Da werfen Sie so weit benötig, lass uns. Herr, dies ist eine karakterienkontrollstation und der Vorunterweisung. Mit diesem Befehl ist das Kriegsweg. Ah. Wieso kann ich da nicht hoch? Das ist echt komisch hier. Kann ich die nicht zerstören? Oh. Okay. Okay. ich habe glaube ich ab hier hat keinen sinn keine lust mehr so brennt ihr schweine einfach nur mein bike das denn weg hier einfach weg hier fahren wir mal zu hot springs was ist hier copeland was ist der näher hot springs da so gut leute ich würde sagen wir sind jetzt hier in hot sprints aber ich glaube das ist jetzt genug ich war keine lust mehr so lange zu warten und ja man kann eigentlich noch stundenlang spielen aber ich warte immer noch auf diesen einen anruf von o'brien und guck mal so viele hinterhaltscams noch deswegen würde ich sagen das war's mit days gone hat richtig bock gemacht und ja man kann eigentlich noch stundenlang spielen noch paar orden erledigen oder ein paar nester noch beseitigen und ja nun denn also ich bedanke mich fürs zuschauen bei days gone war eine richtig lange reise ich hätte eigentlich noch das das spezielle ende von o'brien gesehen aber naja hätte nicht sollen sein aber beim nächsten mal ne also bleibt dran bis zum nächsten gameplay hier auf meinem kanal chris elias also tschau tschau